Vielen Dank für Ihre Spende an Shelterbox. Ihre Hilfe bedeutet mehr als Notunterkünfte und Hilfsgüter für Familien in Not. Sie bedeutet Wärme, Sicherheit und ein Gefühl neuer Hoffnung. Aber was genau passiert eigentlich mit Ihrer Spende? Ereignet sich eine Katastrophe, können Shelterbox Response Teams innerhalb von 24 Stunden vor Ort sein. Vorbereitet zu sein auf das Schlimmste heißt, grüne Überlebenskisten bereits Wochen und manchmal Monate im Voraus zu packen und rund um den Globus zu lagern. Spenden wie Ihre sind mehr als die Finanzierung der Überlebenskisten. Sie ermöglichen die professionelle Ausbildung unserer Shelterbox Response Teams, decken die Lager- und Transportkosten und garantieren die hohe Qualität unserer Hilfsgüter. Jede Überlebenskiste wird individuell gepackt und auf die Region angepasst, sodass die Betroffenen die tatsächlich benötigte Hilfe bekommen. Wenn es Zeit ist für den Einsatz, werden die Überlebenskisten auf LKWs, Booten oder Flugzeugen transportiert um so schnell wie möglich an ihren Einsatzort zu gelangen. In abgelegenen Regionen müssen die Überlebenskisten von Tieren oder gar per Hand transportiert werden. Ganz gleich wo oder wie sie zum Einsatz kommen, Spenden wie Ihre garantieren, dass Shelterbox das Material, die Mittel und die Manpower hat, um weltweit Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, schnell und effektiv zu helfen. Naturkatastrophen zeigen uns, wie schnell sich das Leben für jeden von uns verändern kann. Shelterbox zeigt, wie klein verpackt lebensrettende Hilfe sein kann. Dank Ihrer großen Unterstützung und dem Einsatz unserer ehrenamtlichen Helfer weltweit kann Shelterbox nicht nur Notunterkünfte verteilen, sondern Hoffnung auf einen Neuanfang schenken.